Hi, ich bin Michael von Memonic. Ich möchte euch unseren neuen Webclipper vorstellen. Nehmen wir mal an, du planst einen Trip nach New York. Zuerst einmal möchtest du sicher wissen, welches die angesagtesten Musicals am Broadway sind. Gehe auf eine Seite über Musicals, wähle ein, zwei oder auch drei Musicals aus und speichere sie. Memonic entnimmt die gewünschte Information und speichert sie in deinem persönlichen Archiv. Danach suchst du vielleicht nach einer netten Bar und stolperst über einen Artikel mit tollen Vorschlägen. Anstatt nur eine oder zwei Bars auszuwählen, kannst du alle auswählen. Mit einem Klick auf Read Later lässt dich Memonic die ganze Seite speichern, sodass du sie später lesen kannst und formatiert sie schön für dich. Mit dem neuen Webclipper kannst du auch einfach Notizen machen. Wenn nun zum Beispiel ein Freund dir eine E-Mail mit den angesagtesten Restaurants schickt, kannst du einfach den Clipper öffnen und eine Notiz erstellen, die sogleich deiner Kollektion hinzugefügt wird. All deine Notizen kannst du immer und überall dabei haben, indem du sie einfach auf dein Smartphone oder iPad synchronisierst. Wenn du nun mit Freunden reisen willst und einige Notizen mit ihnen teilen möchtest, beispielsweise auf Facebook, kannst du das mit wenigen Klicks. Probier's aus! Auf memonic.com. Online-Notizen leicht gemacht. Abonne- euch das Boot!